Also wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile hier in der Quarantäne und ich muss sagen, uns geht's eigentlich immer noch recht gut. Ich hab noch genügend Dosenfutter, der Jammerlappen verdient sich was als Mundschutz dazu und das Zirkuspferd... Nichts passiert. ...die Kunststückchen in der Küche. Einzig und allein Traudl hat noch ein paar Probleme. Die müsste nämlich dringend mal wieder zum Friseur. Stimmt's, Traudl? Ja. Und ihre Achselhaare sehen noch schlimmer aus. He he he. He he. He he.